Hallo und herzlich willkommen zu Ruligen Tower Games! Wo bin ich? Entschuldigung. Ich mach mal eben hier die Welt runter. Ja, scroll mal runter. Ähm... Ähm... So. Ähm... Insgesamt liegt Johannesbrot vorne. Ich hab das gesehen, ich hab das mit Play gesehen und dachte so... Alter, ich lieg ja wieder vorne! Ja, aber nur irgendwie 10 Punkte oder so. Ja, ja. Das ist ganz, ganz knapp. Irgendwie 39 und du hast irgendwie 27 oder so. Ja, ja, genau. Ich kann nichts mehr auswählen, so. Ähm... Und wir sind voll am Ende. Also, mit den Nerven. Aber das stimmt auch. Was soll das denn? Kannst du vielleicht mal drücken? Oh Gott, ja. Ach so. Mit Manuel, mit Manuel, da fährt sich schnell, da fährt sich schnell. Wir haben also nur noch diese paar Let's Plays vor uns. Oh, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Nein! Nein? Habe ich nicht. Hä? Ich hatte einfach so'n Anfall, dass ich Nein sagen musste. Turret? Oh nein, das geht hier gut los. Mit der Stage, meine ich. Das ist genau der Spruch! Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kann ich keinen Start machen wegen... Äh... Wegen dem... Ja... Ich habe dich gesteuert. Gut. Aber es ist irgendwie nichts passiert. Ja, weil auch... Wir können es ja gerade ausgefahren sehen. Warum steuere ich einfach dich? Ja, echt die... Chiddeböhn! Ähm... Nein, ich darf doch jetzt nicht verlieren. Ich muss doch weiter hier aufholen. Ich weiß, warum ich dich gestellt habe, weil ich gerade unser letzten Part geguckt habe. Ey, ich krieg ein Item und dann sagt der mich zweimal hoch! Ah... Ah... Ich weiß, warum ich dich gestellt habe, weil ich gerade unser Let's Play geguckt habe und dann gucke ich immer bei dir zu, weil... Ah... Samtabreden. Oh! Aua! Ja, das weicht gerne. Ja, aber trotzdem... Das bin ich! Ach, Mann! Scheiße! Das wär jetzt cool gewesen. Nein! Oh nein! Diesen kleinen Boomstil muss ich noch erwischen! In Sekunden auf 100! Das ist cool! Stimmt! Alter, ey, ey! Weil die mich alle facken! Boah! Alter, ey! Ich hab noch keinen Altymbericht! Ich bin jetzt außer diesen Kugel-Willi da! Weil mir die alle weggehauen werden! Entweder werde ich hochgeworfen oder mich rammt einer! Du wirst keine Altyms mehr haben! Ey, warum hat der Pau bei mir nicht gewirkt? Ich weiß nicht, weil du cheatest! Ja, wie so ein Afflack! Guck mal! Jetzt geh ich nämlich wieder auf die Überholspur! Ich wollte nur mal so ein bisschen... Ich wollte das ein bisschen spannender machen als das Let's Play! ALTER! Das ist ein Witz! Ein Witz ist das! Du bist ein Witz! Das ist schon wieder passiert! Oh! Ey, das ist doch schlimmer als wenn man kein Item kriegt! Wenn man immer eins bekommt! Aber jedes Mal eins verliert, ey! Bekommt! Voll gut! Viel besser als gekriegt! Hä? Ja... Gekriegt ist voll das Scheißwort! Ja... ALTER! Ich bin ja gerade vom Ziel von allen Leuten überholt worden! Könnte mich da jetzt eigentlich noch viel mehr drüber aufregen, aber... Ich bin doch Elfter geworden dank dem Kugelbilly! Ist doch nicht witzig! Einbombt! Okay! Entschuldigung! Das waren im Gesicht rum Schnaffel-Geräusche! Ja... Ja... Wir sind... Äh... Wir machen hier... Wir haben wieder imaginäres Publikum... ...und... 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 Ich bin über die Sprungscheiße gesprungen... ...und so weit, weil ich so mega schnell war, dass ich rüber gesprungen bin bis ins Ozon-Lock! Na! Hä? Sowas will ich hier nicht hören! Ist wirklich... Ich bin also als Erster runtergefahren und als Zwölfter wiedergekommen! Dit ist mal... Dit ist mal nicht logisch! Ach, meinst du bist du hier runtergefahren? So? Hier so? Das wird also ein Prozess nach sich ziehen... Ähm... ...das wird also Folgen haben, ne? Da können sie sich schon mal auf einen schönen Prozess freuen! Deine Lügen sind die Unwahrheit! Ey, das ist so schnell, ne? Ich komm voll nicht drauf klar mit diesem rasanten Speed! Irgendwie wechseln wir uns immer ab, ne? Halt die Fresse! Ja, ich mein, beim letzten Mal war ich so schlecht! Bin ich so mega gut! Ja, was hätt ich denn machen ohne Items! War einfach der beste Mensch auf der Welt! Ja, was hätt ich denn machen sollen? Und vor allem ist es immer anders, aber du heulst immer gleich rum! Egal, ob du gut oder schlecht bist! Äh, ich will nicht den letzten... Ja, okay, stimmt! Guck, jetzt bin ich schon wieder so schnell! Ich bin William Bale! Nein! Nein! Oh! Von! Das war's schon! Halt doch mal die Fresse! Ich komm mal nicht... Ich komm mal nicht drauf klar, dass die Runden so schnell alle verpreisen! Hör doch! Hahahaha! Alter! Ey, das ist auch so schlimm, weil wenn er Pokémon spielt, ne? Dann stoppt ihn keiner von seiner scheiß Gestirtheit! So dass man... Du was sagen, du schreist hier die ganze Zeit rum! Ich kann nämlich immer mich konzentrieren! Ja, ich schrei rum, aber du piemst! Piepst! Queeks! Ja, aber ich wurde auf der Zielgeraden überholt! Stehst du mich? Das ist cool, ne? Oder Johannesbrot? Hm? Sag mal! Haben wir das überhaupt gesagt, wer wir sind und so? Ach ja! Ja, überhaupt nicht, weil wir haben ja nur noch imaginäres Pokémon! Ach ja! Ich bin Gronis jedenfalls und Johannesbrot ist der, der hier rumschreit! Hi Asho! Der hier immer so rumschreit! Die hat sie auch... MAAAAN! Sehen sie so! Ich kann keine Alte des Brots dazu! AAAAAA! AAAAAA! Als wäre das was Neues, man! Ich kann die Wand an! Dreimal auf dem selben Fleck! Dann lässt du sie durch und dann ist sie weg! Hey! Hey! Ich kann die Wand an! Du musst irgendwen zurückhalten vom Scheißelabern oder was? Ja, ey! Gott! Oh! So ein rasanter Speed, ne? Ich bin vierter! War lustig! Aua! Wirklich! Ich fahr immer gegen die Wände! Und dann macht das immer... Ey, das macht viel mehr Spaß, wenn die... Wenn die Feinde so stark sind, ne? Ja, ne? Weil, man... Stell dir jetzt mal vor, am letzten Level, da sind wir zwölfter und... Elfter! Oh, schade! Ich wollt' die grad zu... AAAAAA! 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 Oh! Können wir das jemand abnehmen? Hallo hier! Wollkommsonst, Wollkommsonst! Komm, 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 komm! Äh! Schiri! Schiri! Ich hätte das nicht abgeben dürfen! Ich hätte einfach durchfahren müssen! Ich bin zwölfter, ich bin zwölfter, ich bin zwölfter. Ich bin zwölfter, ich bin zwölfter, ich bin zwölfter. Ich bin zwölfter, ich bin zwölfter, ich bin zwölfter. Hab ich jetzt mehr als du, weil ich nur einmal zweiter geworden bin? Könntest du bitte einmal drücken? Auf deinem war Drogen, genau. Ein sehr guter Film, ich bin nur ein unter dir. 31 Jump Street. Oder? War doch 31, ne? War das 31, oder? Man, der Junge, ne, mit dem kannst du in die Geräte rein! Es ist so, als würdest du mit... Ja, weil ich bin grad zwölfter! Alter Megastart! Was war das denn für'n Geräusch? Ah, ich bin auf den Sand gefahren, der Gras ist... Der ist Gras, der Sand! Das ist ja urkomisch! Alter, ich ras hier so lang wie ein King in der... Rasen? Alter... Bist du ja unter die Wortspieler gegangen, oder was? Ja! Alter! Hast du ein Polysemia-Diplom gekriegt? Ein Polysemia-Lehrgang gemacht? Meine Nase juckt! Alter, ich hab's geschafft! Nur darum wurde ich gepaut! Ich wurde nur kurz gepaut! Gepaut heißt das nicht gepaut! Oh man, ich fasse... Ich kann nicht mal... Alter, du bist zweiter! Du bist zweiter! Dritter! Oh, oh, stimmt! Dann ist das gerechtfertigt! Guck jetzt! Schon wieder! Ich weiß jetzt wann man das machen muss! Ja und wann, sag mal! Aua! Ich bin sechster! Sag doch mal! Jetzt sag mir das noch! Ich bin siebter! Aua! Ich dreh gleich durch, ne? Ich bin siebter! Wenn du nochmal wegen so ner Scheiße rumheulst! Ja, aber ich bin elfter! Aua! Aua! Alter! So ne richtige Wut in mir, verstehst du? Und ich bin so, so wütend! Und diese Wut, die macht mich noch süß! Die macht mich noch süß! Und dann, diese Wut wird zu Hass! Und der wird noch zu noch größerem Hass! Und der zu einem noch größeren Hass! Nein, das war einmal zu viel! Ne! Es geht 5 Minuten lang so! Katzensuppe! Aber wo war das nochmal? Das war doch dann irgendwo mal wirklich in irgendeinem Film! Ach ja! Wahrscheinlich bei, äh, Dragon Ball! Aaaaaaah! Ja! Mann, ich war die ganze Zeit süß! Du warst die ganze Zeit süß! Ich war die ganze Zeit gut! Und, 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 und... Ich war die ganze Zeit gut! Nein! Ich meine nicht in diesem Level, sondern in diesem Grand Prix! Komm, Ice! Das ist italienisch! Ich hab ein Ice! Cool! Geil! Jetzt pone ich euch alle! Und dann überholst du mich noch! Wenn du mich jetzt noch überholst, ne? Geh ich aus dem Raum und komm nie mehr wieder! Neeeeeein! Oh ja, du hast nur Adrenalin in mir! Ich nickt! Das hab ich nur bei, die Verflicks 1! Scheiß, Verflicks 1! Also wenn das... Spiel das mal, ey! Du hast nur Adrenalin in mir! Neeeein! Gott, da ist niemand anders im Haus, ey! Da kriegt man ja das... Neeeein! 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 gespielt. Wir haben sogar bis halb eins gemacht.